Wir sind mit Joe TV, hier ist Lidandria Kuster, mit der Schweizer Dose Gunther. Jetzt wollen wir Moderator-Info und Vor-Nachhaltigkeit-Brasche zu erzählen, aber ich bin nicht so gut im Wissen zu erzählen. Also, es ist mal ein Vlog. Dort drinnen sind gesessen ein Schweizer und 100 Semmer Österreicher. Man fliegt so alles ganz normal, sie nehmen ihre Käppchen und trinken etwas, dann plötzlich wackelt sie. Es wackelt ganz, ganz, ganz fest und plötzlich geht der Boden runter. Sie heben sich alle ganz fest oben dran und sagen, oh nein, oh nein, das ist mega schlimm, wir fallen runter. Und dann hat das Kürcherkapitän gesagt, liebe Passagier, wir haben Übergewicht. Jemand muss loslassen, sonst sterben wir alle. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht sterben, aber wenn ich jetzt nicht loslassen, dann sterben alle anderen 99, oder? Dann sagt der Schweizer, wir erinnern uns, ein Schweizer, und der Dörstreicher, gut. Dann sagt der Schweizer, also gut, ich mache. Und der Dörstreicher? Nein. 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 Nein.